Top 4 Karo Hemden für Bettwäsche Ich bin absolut begeistert von diesem Velvet Home Deluxe Bettwäsche Set. Das grau karierte Design ist modern und elegant, und das Material ist aus 100% Baumwolle von hoher Qualität, es fühlt sich so weich und angenehm auf der Haut an. Der Bettbezug und der Kissenbezug haben beide einen praktischen Reißverschluss, was das Wechseln der Bettwäsche viel einfacher macht, insbesondere für Menschen wie mich, die nicht besonders geschickt im Bettwäscheaufziehen sind. Das Set passt perfekt auf mein 155 x 220 cm Bett, und ich bin wirklich zufrieden mit meinem Kauf. Ich kann es jedem empfehlen, der auf der Suche nach einer hochwertigen und stylischen Bettwäsche ist. Ich bin sehr zufrieden mit der Eschenlen Zweiteilig Bettwäsche kariert 135 x 200 cm plus ein Kissenbezug 80 x 80 cm weiß kariert Bettbezug Mikrofaser. Der Bettbezug und der Kissenbezug sind aus hochwertigem Material gefertigt und fühlen sich sehr angenehm auf der Haut an. Die Karo Muster machen die Bettwäsche sehr stylisch und passen perfekt zu meiner Einrichtung. Zudem sind sie sehr pflegeleicht und lassen sich einfach in der Waschmaschine waschen. Alles in allem bin ich sehr zufrieden mit meinem Kauf und kann diese Bettwäsche jedem empfehlen, der auf der Suche nach einer hochwertigen und stylischen Bettwäsche ist. Ich habe kürzlich das LumaLand Premium Bettwäsche Everyday Set gekauft und bin begeistert. Der Bettbezug und der Kissenbezug sind aus hochwertiger Baumwolle gefertigt und fühlen sich sehr angenehm an. Der Kreisverschluss ist von ausgezeichneter Qualität und geht reibungslos auf und zu. Das schlichte Schwarz passt perfekt zu meiner Einrichtung und das Set ist für das ganze Jahr geeignet. Insgesamt bin ich mit dem LumaLand Bettwäsche Set sehr zufrieden und kann es jedem empfehlen, der auf der Suche nach hochwertiger Bettwäsche ist. Ich bin absolut begeistert von der Loo Fanfaye Schwarz-Weiß Bettwäsche. Das karierte und zweiseitig verwendbare Design passt perfekt zu meinem modernen Schlafzimmer und gibt ihm den letzten Schliff. Die Bettwäsche aus Mikrofaser ist super weich und bequem und lässt sich einfach waschen und pflegen. Das Set enthält einen Bettbezug und zwei Kissenbezüge, die alle passend zu meiner Bettgröße sind. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Kauf und werde definitiv weitere Bettwäsche von Loo Fanfaye kaufen. Sehr empfehlenswert. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video.